Hallo? Naja, sag mir mal, wie's jetzt ist. Sag mir mal, wie's Verhältnisspiel und ich bin, vor allem, wenn wir dann in den Actionszenen sind und so weiter. Kann man noch fein justieren. Wieso ist noch der Alarm? Du warst ja gerade auf Toilette. Hä? Jaja, Revelations auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, bei Deadly Silence bin ich mir nur nicht sicher, weil wir jetzt den ersten Teil im Grunde schon zweimal durchgespielt haben und ich frag mich, müssen wir ihn noch ein drittes Mal spielen? Aber die Revelations-Teile spielen wir definitiv, das ist gar keine Frage. Und Hallöchen, auch von mir an alle, die jetzt noch dazu gekommen sind. Nehmen wir die Magnum schon mit? Moment mal. Den Dia-Filter nehmen wir auf jeden Fall mit. Und mehr erstmal nicht. Ach, warte, die... Ne, warte, wir nehmen die Magnum nicht mit. Ich will die Modisk lieber eingepackt haben. Weil ich weiß immer nicht, wo diese blöden Modisk-Lesegeräte stehen. Da hab ich sie lieber dabei. So, let's go. Chris Finale. Hey, ich hab Bock, dass wir es jetzt durchspielen. Jetzt haben wir Eternal Darkness beendet. Und ich hab wirklich einen witzigen Bonus fürs nächste Mal. Ich hab wirklich einen witzigen kleinen Bonus und ich überlege mir noch einen großen Bonus. Äh, Resident Evil. Äh, relevant. Eine Modisk. So, jetzt passt auf. Dia-Filter anwenden. Zack. Werbematerial zu den bio-organischen Waffen der Umbrella Corporation. MA39 Cerberus. Hä, wenn das Werbematerial ist. Ich bin ja... Ne? Keine Ahnung. Umbrella ist Umbrella. Aber wenn ich insgeheim Bio-Waffen herstelle und die verkaufen will, würde ich persönlich als großes, bekanntes, internationales Medikamentenfirmen-Dingens, würde ich nicht meinen echten Logo-Namen da drauf drucken. Ich hätte da irgendeine Tochterfirma, irgendeine Schattenorganisation, irgendein Pseudonym. Ich würde nicht zu irgendwelchen kriminellen Gruppierungen gehen und sagen, ach, guck mal hier, ich bin übrigens Umbrella, dieser große Medikamentenkonzern weltweit. Und ich mach Bio-Waffen. Jaja, das wäre ein Riesenskandal, wenn das rauskommt. Bitte nicht weitersagen, ne? Da vertrauen wir auf eure Ganoven-Ähre. Hä? Aber gut. MA39 Cerberus. Fi03 Neptun. MA121 Hunter. T-002 Tyrant. Wartet. Ne. Tyrant. So. Das hätte auch gepasst. M-002 Tyrant. Das ist das, was Wesker fühlt, wenn Chris ihn auslacht, als er ihm den zeigt. Die ultimative biologische Lebensform. Chris, warum lachst du? Organische Waffenforschungsgruppe. Die tatsächlich immer gerne der NCA, weil ich die NCA einfach mag. Kanonisch gesehen, ne? Von der offiziellen Story her, wär's wahrscheinlich am ehesten die Bruderschaft. Wobei ja in New Vegas dann irgendwie alle, also, ne? Es kriegen eh alle Worthy Birds. Gib die Pläne, wen du willst. Das sickert durch die Technologie. Sicherheitsprotokoll. Erdgeschoss, Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers, beziehungsweise des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Ich find, das wird so klar in diesem Dokument ausgedrückt. Normalerweise wird doch das irgendwie umschrieben werden, ne? Eliminiert. Beseitigt. Oder irgendwie sowas. Aber erschossen. Bäm. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Räume für visuelle Daten. Ach so, zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum. Für visuelle Daten. Die Genehmigung des Raummanagers Keith Arwing. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith S. Ross A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgaben-Terminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist ein Nitro-Verbindung der primären Brennstoff. Blablabla. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcord-Ausgabe-Terminals. Verwendung von und Zugabe zu Ausgabe-Terminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Virus-Untergeschoss. Ne, viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant. Entwicklung des Tyrant. Nach Verabreichung des T-Virus nicht weiterlesenbar. Ich wollte schon lesen. Nach Verwendung des Virus nicht weiterlesen. Okay. Wo geben wir jetzt den Code ein? Hier. Verdammt. Ich muss noch mal schauen, wie der gleich noch mal war. Schauen wir uns den tollen Diafilm noch mal an. Cerberus, Neptun, Hunter, Tyrant und 8462. Das ist aber schon unscheinbar, das Ding, ne? Geheimgang. Geheimschlüssel. Kenneths Film abspielen. Na, let's go. Früher waren so Fatzins noch Belohnungen, ne? Geheimschlüssel. Geheimschlüssel. Nein! Nein! Das waren noch Zeiten, als das noch eine Belohnung war, wo man sich dachte, geil, was ich da wieder cooles freigeschaltet habe hier. Am Anfang, ganz am Anfang vom Spiel, kriegt man die Videokassette und hier kann man sie endlich gucken. Und es ist die beste Cutscene ever. Hey, ich hätte so Bock, dass wir mal Twinsnake spielen, das Gamecube-Remake vom ersten Metal gesollet. Das finde ich nämlich nicht nur sehr gut, sondern das hat auch komplett Over-the-Top-Cutscenes. Die haben da alle Zwischensequenzen aus dem Original auf 11 gedreht. Da ist nicht jeder ein Fan davon, aber ich liebe es komplett. Es ist so bescheuert. Jede Cutscene ist großartig. Nur Zeitlupen, Sprünge über Kugelfeuer. Die geilste Szene ist einfach. Aber gab es das schon im Original? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die geilste Cutscene in Metal Gear 1 ist definitiv, wenn Snake von den drei Soldaten umstellt wird und der hinter ihm haut ihn so mit dem Gewehrknauf auf den Hinterkopf. Und dann warten die drei, dass Snake umfällt, aber er bleibt einfach stehen. Und dann dreht er sich langsam um und guckt dem, der ihn gerade so auf dem Hinterkopf guckt hat, so in die Augen. Und der kriegt ganz große Augen und weicht so einen Schritt zurück und hat voll Schiss. Und dann fällt Snake um und wird ohnmächtig. Aber das ist super lustig, finde ich. Die Cutscene ist echt gold. Okay, hier gibt es etwas zu geben. Oder so ähnlich. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Darf ich ihn rühren? Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Das brauchen wir später. Ich muss mich gerade wieder orientieren, wo was ist. Ich kenne halt die Originalen, aber das für Gamecube kenne ich nicht. Ja, das wäre super. Das passt halt als Bonusspiel jetzt gerade nicht wirklich. Aber irgendwann haben wir absolut alles, was Resident Evil und Fallout angekucht. Und bevor wir dann von vorn anfangen, können wir vielleicht sowas reinschieben. Mal schauen. Mal schauen. Valieren zu dem Zeitpunkt nicht schon auf der Police Academy? Ah, garantiert. Garantiert. Der dürfte schon... Der lernt wahrscheinlich gerade fleißig für seine Abschlussprüfung, schätze ich mal. Der ist gerade fleißig am Lernen, während Chris hier Zombies köpft. Ziemlich sicher. So, auf ins Labor. Oh, oh, Chris. Hast du das gehört? Ob du das gehört hast, Chris? Warum kann ich nicht hochklettern? Chris, wie dick bist du? So. Der ist doch noch gar nicht so breitschulterig eigentlich, ne? Oh, wartet mal. Ich muss erst wieder gucken, wie jetzt hier gleich nochmal wieder die Steuerung funktioniert. Eternal Darkness ist ja wieder... funktioniert wieder ganz anders. so schlimm, wenn man so ein bisschen ähnliche Spiele spielt, die aber dann doch eben so anders funktionieren. Habt ihr das gesehen? Das ist mir noch nie aufgefallen, wie die kleinen Flügelchen auf dem Rücken noch so ein, zweimal so ein bisschen... Oh! ...lattern, bevor die sterben. Schauen wir uns nochmal an. Oh, bei dem nicht! What? Crazy. Nein. Das machen wir. Hast du in einer Resident Evil 4 Version je auf die Glocke geschossen? Hab ich... hab ich auf jeden Fall mal gemacht, ja. Genau. Aber nur, um es zu sehen. Ob es wirklich geht, so ungefähr. eine Granate. Ich glaube, wir haben 500 Blendgranaten mittlerweile. Katsching! Und die letzte ist noch im Fliegenraum, ne? Und dann haben wir den Chill-E gerettet. Ich denke mir immer so, war schon beim Chill-Playthrough so, dass ich mir dachte, ja, ja, dann retten wir halt jetzt, äh, Chris nicht, ist doch wurscht, Hauptsache blöw. Und dann rette ich sie irgendwie doch immer. Was will man machen? Ja, es ist wirklich der Vorfall-Effekt mit dem Flügelchen, ne? Immer das Gleiche. Moment. Habe ich da jetzt gerade irgendwas Sinnvolles gefunden? da drin. Habe ich was übersehen? Was ist das wirklich? Ich gehe nochmal schnell rein. Ne, okay. Dann gehen wir woanders hin. Ich könnte mal auf die Karte gucken, ne? Die restlichen Silent Hill-Spiele. Das wäre definitiv was, das auch auf der To-Do-Liste steht. Das stimmt. Okay. Passt schon. Schlüssel wegschmeißen. Bäm. Los geht's. Ich würde dich gerne fragen, ob Virus-Tatica mit dem T-Virus helfen. Ne. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Soweit ich weiß, gibt es aber Impfstoffe gegen den T-Virus. Sogar in mehreren Resident Evil-Teilen verschiedene. In, ähm, Outbreak gibt es diesen Dayglow, glaube ich. Und ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwo anders gibt es noch einen anderen. Definitiv. Aber wie genau diese Impfstoffe aussehen und was die sind, das weiß ich nicht. Grünes Kraut hilft tatsächlich. Das wissen wir. Ähm, äh, das verlangsamt zumindest die, den Effekt. Das führt zumindest eben hier wieder, äh, Outbreak ein. Achtung, Explosionsgefahr. Nicht schütteln. Funktioniert derzeit nicht. Kapsel ist leer. Nehmen wir mal mit. Ich habe da schon so eine Idee. Hallo, Sventryl. Oh, warte mal. Der Ton beim Schießen klingt doppelt, aber ich glaube, das ist im Spiel so. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen laut insgesamt, oder? Ich mache mal insgesamt ein bisschen leiser, dass es nicht übersteuert. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ihr das Spiel doppelt hören solltet. Aber haltet mich auf dem Laufenden. Sollte nicht so sein. Wie schön die zerfleddern. Hey, jetzt muss ich mal kurz in mein Inventar gucken. Ich glaube, wir haben 18. Na, 8. Okay. Wir haben 9, 9 Blendgranaten und 4 Messer. Also, ja. Hallo. Wenn noch einer kommen will. Ich habe noch Munition. Also, gerne. Das war nicht ernst gemeint. Aber okay. Kommen da unendlich viele? Ich glaube, eigentlich nicht, oder? So, da haben wir den letzten Gamecube. Für mich waren das immer Gamecubes. Und da das ein Gamecube-Spiel ist im Original, bleibe ich auch dabei. Das sind definitiv Gamecubes. Es gab von Panasonic oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So spezielle Gamecubes mit DVD-Player. Die sahen ein bisschen so aus. Das sind die. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Okay. Das macht schon noch Spaß, so ein bisschen übermächtig zu sein hier. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten? Ja. Systeminitialisierung gescheitert. Anscheinend ist zum Start eine Art Treibstoff erfordert. Eine Art Treibstoff. Aber warum sollte man genau an den Ort, wo du jetzt die CD gemacht hast, dort und sowas reinstellen? Ja, es wirkt ein bisschen feucht und heiß da drin. Nicht der beste Ort für so ein Gamecube. Das stimmt. Aber ja, gut. Es war halt quasi, haben wir gerade gelesen, in jeder Abteilung von irgendeiner hauptverantwortlichen Person hier stand ein so ein Gefangenen Gamecube. Und die Person, die für den Maschinenraum zuständig war, hat ihn halt da reingestellt. Safe Room. Oh, Eternal Darkness ist noch das aktive Spiel. Dankeschön, du hast recht. Das ändern wir noch. Resident Evil. Nicht das Original. Ich hasse es wirklich. Ich hasse diesen Trend, dass einfach alle Spiele genauso heißen, wie andere Spiele. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach nicht mehr ordentlich durchnummerieren kann. Oder einfach Remake dahinter schreiben kann. Oder was weiß ich was. Und alles heißt einfach Resident Evil, Resident Evil 2. Wo geht es alle? Bingo? Äh, Dankeschön. Ähm, was wollte ich sagen? Resident Evil? Genau. Bald haben wir dreimal Resident Evil. Ich hoffe, Resident Evil 1 Re-Remake wird wenigstens irgendwie ein bisschen anders heißen. Weil schon langsam wird's lächerlich. Und dann muss man immer die Jahreszahl dazu sagen. Und es nervt. Und hier jetzt eben bei Twitch, wenn ich Resident Evil eingebe, dann wird ja nicht nur das Original Resident Evil und das Remake Resident Evil angezeigt, sondern auch alle Resident Evils, die nummeriert sind. Ich hasse es. Aber noch schlimmer finde ich den Trend, dass man aufhört zu nummerieren und einfach irgendwelche Wörter hinten ranschreibt. Bei Resident Evil 8, ne? Äh, geht noch. Das ist so ein Kompromiss. Das heißt zwar irgendwie offiziell Resident Evil Village. Aber im Village steckt ja noch die 8 und man kann auch 8 sagen. Okay, meinetwegen. Aber ich seh schon Resident Evil 9. Weiß ich schon nicht mehr, ob das noch 9 heißen wird. Das heißt wahrscheinlich Strand Dampion. Und dann kommt irgendwie Resident Evil Ultra Lux und Resident Evil Darky Parky und so weiter und so fort. Kann man nicht einfach bei Nummern bleiben? Ich weiß schon, dass es irgendwie ab und also blöd wirkt, wenn man irgendwann bei Resident Evil 35 angekommen ist. Aber ist doch okay. Ist doch okay. Irgendwann sind sie einfach durch mit coolen englischen, cool klingenden Wörtern. Grizzle Dizzle Zombie Lizzle heißt dann irgendwie der 40. Teil oder so, weil es einfach nichts mehr gibt. Zombie Lizzle Grizzle Dizzle auf den Teil freu ich mich schon. Der wird gut. Mit Snoop Dogg als Hauptfigur. Chris und Snoop Dogg gefangen in einem Hotel voller Zombie-Kiffgras. Der wird gut. Naja. Jetzt holen wir uns mal den Treibstoffkanister. Ich meine, der war hier, aber vielleicht bin ich ganz falsch. Ne, warte. Oder doch? Ja, 50-50. Bin mir nicht sicher. Könnte auch gegenüber sein. Yes. Resident Evil Xenomorph. Da ist eine römische 9 drin. Das wäre ein interessantes Crossover. Ich glaube ja, der neunte Teil wird Twix heißen. Und alles, alles ist doppelt. Weil Twix ist auch römische 9. 2 Zombies. Der deutsche Untertitel wird 2 Zombies zum Preis von einem. Resident Evil Twix. 2 Zombies zum Preis von einem. Oh, warte mal. Ich könnte schon Chill. Ich könnte Chill besuchen. Soll ich Chill jetzt mit Nitroglyzerin in der Tasche besuchen? Ich schätze schon. Die wird sich freuen. Muss ich jetzt dreimal da ranklicken? Ja, ich muss dreimal ranklicken. Na ja, ist halt auch schon ein bisschen älter. Zweiköpfige Hunter. Ne, das ist der realistische Speed. So müssten, wenn Videospiele wirklich realistisch sein wollen, dann müssten sich die Hauptfiguren so schnell bewegen die ganze Zeit. die Anion 2K20 ist jetzt ein Bird Rider. Dinian, dankeschön. Vielen Dank für deinen Prime Sub. Freut mich sehr. Super netti. Oh, Petty. Wie alt wäre Chris in den Resident Evil 35? Das ist eine gute Frage. Jetzt pass auf, das rechnen wir gleich aus. Ich kann es nicht öffnen. Warte, ich werde zurück. Okay. Ich werde zurück. Wann ist Chris geboren? Sagen wir einfach mal 70. Das fühlt sich richtig an. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Sagen wir, Chris ist 70 geboren, dann wäre der 2000 wäre der schon 30. Stimmt das? Mach ich ihn ein bisschen älter, als er ist. Aber gut, schauen wir mal. Sagen wir mal, der war 2000 schon 30. Das bedeutet, bei Resident, sagen wir, alle vier Jahre erscheint ein Hauptteil von Resident Evil, weil jetzt immer im zweijährigen Wechsel Hauptteil, Spin-Off, Hauptteil, Spin-Off oder Remake kommt. Sagen wir mal, ne? Das würde dann, das würde dann 70 Jahre dauern, bis wir, ne, warte mal, wir sind ja schon bei neun jetzt. Wir sind jetzt schon bei neun. 25 sind wir bei neun. Dann fehlen auf 35 noch 26 Teile. Also, zwei und, ne, wie viel? 26, 40, 52 Jahre. Also, 52, 76, dann wäre Chris 102 ungefähr. Why not? Warum nicht? Wir leben, wir sind immer noch im Resident Evil-Universum. Ich glaube, wenn man im Resident Evil-Universum 100 Jahre alt ist und man merkt, man stirbt gleich oder so, dann nimmt man einfach ein Erste-Hilfe-Spray und dann geht's wieder für, für einen Tag oder sowas. Kann man sich, glaube ich, ewig lang einfach das Leben verlängern. Ist meine Theorie. Ich habe noch nichts gesehen, was ein Heilspray nicht heilen kann, außer Vergiftung. Dann braucht man blaues Kraut. Vielleicht sollte man lieber eine Kräutermischung nehmen. Das könnte schon sein, dass das sinnvoller ist. Jetzt muss ich kurz auf die Karte gucken, weil ich keinen Orientierungssinn habe. Es stimmt schon. Okay. Wir explodieren schon nicht, oder? Ich nehme keine, ich nehme keine Kräuter mit. Ich speichere jetzt nicht, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich von Kräutern rede. Nee, nee, lieber nicht. Ein Kämpfer mit dem Krückstock gegen Zombies. Warum nicht? Denken wir an Marvin, der war scheinbar immun gegen Kräuter. Ja, weißt du, das ist so ein bisschen das Ding. Also so die läufige Fan-Theorie ist ja, dass, und das macht schon Sinn, die Hauptfiguren aus Resident Evil zufällig immun gegen den T-Virus sind. Weil wir wissen tatsächlich, dass es eine Immunität gegen den T-Virus gibt. Das finden wir in Dokumenten. Das brauche ich jetzt nicht. Bist du dir sicher, das Spiel, dass ich das jetzt nicht brauche? Ja, okay. Ähm, und das würde bedeuten, dass Marvin einfach nicht immun war und dass er letztendlich dann eben vom T-Virus dahin gerafft ist. Tatsächlich. Der hätte dann die Impfung gebraucht. Aber alle anderen haben eben diese Immunität, deswegen wurden die auch nicht infiziert. Obwohl die ja in Raccoon City gelebt haben, wo das Grundwasser verseucht war, wo sich im Grunde alle hätten anstecken müssen. Aber es wurden eben nicht alle Zombies. Aber ja, wer weiß. Oder aber unsere Hauptfiguren duschen einfach nur nicht. Das kann auch sein. Laut Lars sind 10% immun. Genau, weil sonst hätte er Umbrella wollte ja eigentlich den T-Virus als Biowaffe benutzen. Das ging aber nicht, weil die Immunitätsrate zu hoch war. Deswegen war das als Biowaffe ungeeignet. Und deswegen haben die überhaupt erst angefangen so Hybriden herzustellen. Weil, ja. Eben. Eben drum. Ich finde das irgendwie echt ganz cool. Ich finde so cheesy und wacky und weird die Resident Evil, die alten Resident Evil, die Originaltrilogie und sowas waren. So schön war eigentlich von denen noch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Man hat sich Gedanken gemacht, wie das alles so zusammenpasst und wie das funktioniert. Da wurde auch viel nachträglich erst dazu gedichtet. Das stimmt schon. Aber trotzdem war das alles noch ein bisschen mehr zusammenhängender und beschlossener. Das hat dann leider bei den neueren Teilen nachgelassen. Finde ich schade. Jetzt speichern wir nochmal. Wir haben's ja. Hi Commander Rex. 90% Letalität ist für eine Biowaffe verdammt gut. Äh, ja. Ich meine, und noch dazu werden die zu Zombies die meisten Leute, ne. Es wäre, glaube ich, in Wirklichkeit schon ziemlich gut gewesen. Aber für Umbrella eben nicht gut genug. Eben nicht gut genug. Die wollten over 9000 Prozent. Hi Lukas. Warte mal was. Ob Navis Garner aus Seven Days to Die, die im Grunde Raccoon City nach Resident Evil 3 darstellt. Seven Days to Die. Das ist dieses Aufbau Survival-Zombie-Spiel. Ne, das habe ich nur mal kurz gespielt. Da kenne ich mich nicht aus. Aufzug. Es werde Licht. Rebecca. Rebecca! Rebecca! Ich sah dich in der Garten. Ich habe endlich mich aufgenommen. Well, ich bin glücklich, dass du okay bist. Keine mehr folgen. Just stay with me, kid. Eigentlich hättet ihr das von Anfang an machen können und sollen. Dann wäre es Resident Evil Zero gewesen. Jetzt verstehe ich, warum Rebecca lieber alleine bleibt, weil die NPC-KI ist so schrecklich. Das will sie sich nicht nochmal antun. Das war mit Billy schon schlimm genug. Billy hat sie auch wahrscheinlich am liebsten immer irgendwo stehen lassen, weil es nichts los ist. Okay, Rebecca. Let's-a-go! Seven Days to Die ist im Grunde ein survival-game mit Horror-Elementen. Ja, ja, genau. Ich kenne das schon. Wesker. So, du hast gekommen. Chris, du machst mich stolz. Aber natürlich bist du einer meiner Männer. Danke. Seit wann, Wesker? Ich bin mir Angst, ich weiß nicht, was du sprichst. Seit wann haben sie dir eine Geld verdammt? Wesker war der Verräter von Anfang an. Ich habe immer mit Umbrella. Wer hätte damit rechnen können? Die Stars waren Umbrella. Nein, eher meine kleine Piggie. Das Tyrant-Virus verlebt, die ganze Zeit verflügt. Und es ist zufällig, ich muss meine liebsten Mitglieder der Stars verletzen. Ich dachte wirklich, wenn man jemandem vertrauen könnte, an den Kerl, der die ganze Zeit diese Sonnenbrille innen trägt. Ich muss dir erst noch was zeigen. Ich habe was Tolles vorbereitet. Chris, ich will, dass du das siehst. Du warst immer mein einziger Freund. Ich habe eine neue Art der Klostür. Die ultimale Form. Tyrant. Wesker, du bist senile. Chris, du wirst nie verstehen. Es ist großartig. Magnifizent. Ich dachte, er ist Tyrant. Wie heißt er denn jetzt? Okay, Magnifizent. Jetzt bist du fällig. Ich habe schon wieder vergessen, wie man schießt. Ah. Ah. So. So. Rebecca! Chris. Es ist eine gute Sache, dass du deine bulletproof Veste weißt. Es gibt nichts, für uns hier zu tun. Wir gehen. Okay. War Wesker hier schon infiziert? Ja, schon lange. Also das wurde tatsächlich erst nachträglich hinzugeschrieben, quasi. Das war im ersten Resident Evil noch nicht so. Aber Wesker war hier quasi schon lange ein Versuchskaninchen der Umbrella Corporation, weil er eben beim Projekt Wesker dabei war, wo ein gewisser Dr. Wesker an mehreren Kindern Experimente gemacht hat mit dem Progenitor-Virus damals noch, dem Vorgänger vom T-Virus und allen anderen Viren und so. Und deswegen hat er auch hier überlebt und tatsächlich ist der offizielle Kanon mittlerweile, dass dieser Vorfall, dass er vom Tyrant durchbohrt wurde, erst seine Superkräfte geweckt hat. Der wusste gar nicht, was da in ihm schlummert und was diese Wesker-Experimente aus ihm gemacht haben. Die übrigens nur zwei Wesker, alle, alle, die an diesem Experiment teilgenommen haben unfreiwilligerweise, haben den Nachnamen Wesker bekommen und nur er und seine Schwester Alex haben überlebt. Also Schwester, nicht biologisch. Beobachtungsnotiz, Beobachtungen von Wiesen, die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Test-Subjekt verabreicht. Das Test-Subjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Das ist halt ein echt geiles Remake-Dokument, das finde ich richtig schön, weil das versucht, Resident Evil 1, 2 und 3 miteinander zu verbinden. Hier in diesem kleinen Dokument wird jetzt quasi ganz viel aufgeklärt. Die G-Virus-Forschung, wie sie begonnen hat, der Prototyp-Parasit aus Frankreich, wie wir wissen, dass quasi der N.E. Alpha-Parasit, der auch für die Erstellung von Nemesis verwendet wurde, das bringt jetzt so alles eben mit dieser Lisa Trevor in Verbindung und verbindet alles, finde ich ein sehr schönes Dokument. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Test-Subjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist Evolierte ein angemesseneres Wort. Ich weiß nicht, ob Evolierte überhaupt ein Wort ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wort ist. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G und die Leistung von T, äh, dass die Leistung von T weit übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Ja, und hier ist natürlich noch mal so ein bisschen zu Code Veronica, ne? Wesker will natürlich das Wunderkind übertreffen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis meine These bewiesen werden kann. Oder so. Das ist einfach ein gutes Remake. Das macht, das ist ein gutes Remake. Kann man nichts sagen. In jeder Hinsicht. eben auch so kleine Kniffe, die alle nachfolgenden Teile jetzt so ein bisschen da noch mal verbinden. Nett, finde ich schön. So ist das. Im Resident Edel-Universum kannst du nicht mächtig genug sein, dass sich ein paar Schüsse aus der Magnum nicht aufhalten. Oh, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Die packen einem hier noch ganz schön viel Schropp-Munition hin. Das ist ja nett. Es gibt ja einige, die wollen, dass Steve zurückkehrt. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, Steve ist sehr tot. Aber schauen wir mal, was im Code Veronica Remake passiert. Rebekah, do everything. Wahrscheinlich, Chris hat vorher schon diese Computer gesehen, die da widerstanden mit Selbstzerstörung. Und da dachte ich, oh Gott, oh Gott, nee, da drücke ich lieber keine Knöpfe. Und jetzt sagt, das überlasse ich dir, Rebekah, du machst das schon. Gott sei Dank, Gott sei Dank muss ich mich nicht mit diesem komplizierten Zeug befassen. Hab Code Veronica X noch nicht gespielt. Ah, das ist empfehlenswert, auf jeden Fall. Hatte Alex Wesker in Code... Nee, 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 nee. Alex Wesker ist Revelations 2. Alexia Ashford ist wieder eine ganz andere Person. Der hat mit Alex Wesker nichts zu tun. Aber die Vornamen sind verwirrend. Okay. Ich glaub, dann... Spielen wir es jetzt durch, ne? Ich muss auch nicht mehr in die Gefängniszelle, glaube ich. Ich glaub, wir können jetzt zum Aufzug gehen. Oder? Oder? Hab ich irgendwas vergessen? Ne, ich glaube, ist alles okay. Ups. Sehen wir eh gleich. Beim Dach machen wir dann Schluss bis zum nächsten Mal. Ja, würd ich auch sagen. Resident Evil 5 hatte geile Übersetzung Jokes. Wer kennt noch die Line, das wird ein Schmerz im Arsch. Wirklich? Da kann ich mich nicht erinnern. Oder beziehungsweise kenn ich's vielleicht im Deutschen gar nicht. Aber das wird ein Schmerz im Arsch ist eine tolle Übersetzung von Pain in the Ass. Das ist ja großartig. Ich finde schon lustig, dass Chris in jedem Spiel ein anderes Face-Model hat. Ja, aber ich find, ich find ehrlich gesagt Chill irgendwie noch krasser. Es fällt mir so schwer, Chill 1, Chill 3 und Chill 5 als gleiche Person zu sehen. Das sind für mich unterschiedliche Figuren. Und dann noch Remake Chill. Komplett, komplett andere Figur. Wir haben für mich alle nix miteinander zu tun. Chris ändert sich aber auch sehr stark. Aber den krieg ich irgendwie eher so unter einen Hut. Keine Ahnung. Aber ja, überhaupt, ne? Da legt halt Capcom offensichtlich keinen Wert drauf. Auch Synchronsprecher ändern sich in jeder Folge. Models, wie du schon sagst, in jeder, in jedem, in jedem Teil und in jedem Film. Es gibt wirklich kaum eine Figur, die mal über zwei Teile hinweg die gleiche Synchronstimme hat. Das ist schon alles sehr verwirrend. Jetzt geh ich doch nochmal schnell zu Chill, weil ich weiß nicht, ob wir sie abholen müssen. Welche Einsattschill? Die Originale oder die erst im Remake? Ja, eben. Genau. Aber die funktionieren für mich noch besser, weil die bei... Ich glaube, das Barrett macht's, ne? Die müsste einfach immer so ein Barrett tragen, dann wäre es für mich, glaube ich, in Ordnung. The self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate the military. Deactivate and release all the bombs. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Let's go! Yahoo! Go! 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 Ja, und meinen wir, wenn wir von 1 Chill reden, die Cutscene Chill oder die 3D Model Chill, die ja auch nicht viel miteinander zu tun haben. Hm. Let's get going! Ja, ja, die neue, grundsätzlich ist, ist die super, klar. Hm. 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 Wir sehen von der Original-Chill, Original-Chill ist für mich natürlich auch aus nostalgischen Gründen immer die einzige Chill, aber ansonsten ist die Remake-Chill schon super, da kann man überhaupt nichts sagen. Die Remake-Charaktere sind überhaupt alle gut besetzt und gut umgesetzt auch, also sieh, alles super. Die Original-Chill ist heute halt um die 40. Meinst du jetzt die Schauspielerin oder die Figur, oder? Aber ja, 40 ist ja auch kein Alter. Oh Gott, ich bin fast 40. Insofern ist 40 sehr, sehr jung. Möchte ich nur mal festhalten. Ne, finde ich, finde ich gar nichts, Mitty. Ja, wo ist das? Auf geht's. Wieso kann ich nicht ums Eck gehen? Habe ich jetzt die Sicherung irgendwo vergessen, zufällig? Leute, es tut mir leid und fliegt, glaube ich, gleich hier alles durchs Undilo um die Ohren. So, da gibt's hier zum Glück. Endlich mal ein Stream, in dem ich den Altersduschen senke. Ja, die durchschnittliche Zuschauerschaft, aber das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Eigentlich ist die breit gefächert, merke ich immer wieder. Alles von 16 bis 60 ist vertreten. Aber kein Jahr jünger oder älter. Ah, weil ich es gerade lese, wann geht Resident Evil 4 Berserker Mode weiter? Wenn ich mir das nächste Mal so eine kleine Streaming-Auszeit nehme, werde ich wieder diese Berserker-Mod-Videos als Urlaubsvertretung quasi vorproduzieren. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Und dann wird's doppelt so lustig, weil ich wieder voll raus bin und, ne, wieder scheiße bin im Spiel und erst mal reinkommen muss. Und das wird vermutlich der August sein. So Ende Juli, Anfang August wieder ein paar Wochen wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Kann ich schon mal ungefähr so prophezeien. Ja, das ist lustig mit der Signal-Rakete, ne? Dass man die extra aufheben muss. Schon weird. Ne, ich hab dieses Jahr wieder nicht vor, auf die Gamescom zu gehen. Vielleicht irgendwann mal wieder in der Zukunft. Aber aktuell habe ich gar keine Pläne. Ich wirst ihm einfach konsequent in den Schritt schießen, ne? Chris, benutze ihn! Böge ihn, was auch immer es ist! Okay. Der gute alte Raketenwerfer. Ist das normal, dass der den ersten Schuss abwehrt? Was? Naja. Wird schon normal sein, ich bin froh. Aber das ist doch bei unserem ersten Playtime mit Chill nicht passiert. Sagen wir mal 1, 9, 5er Remake. Dann käme irgendwann an 6, 7 und 8. Ah, 7 und 8, das weiß ich nicht. Das dauert, wenn dann sehr lange, bis die gemaket werden, wenn überhaupt. Aber wir haben ja theoretisch auch noch Zero auf dem Programm. Und, äh... Ich kann mir vorstellen, dass die 6 Remaken tatsächlich... Aus 6 kann man ein gutes Spiel machen. Normal ist es nicht, aber es kann passieren. Na gut. Theoretisch hätten wir auch Outbreak. Theoretisch könnte man auch neue Spin-Offs machen, wenn denen wirklich mal die Ideen ausgehen. Oder die Remakes ausgehen. Man könnte ja mal ein Revelations 3 machen, beispielsweise. Oder ein Outbreak 3. Oder was weiß ich was. Oder ein ganz neuen Spin-Off. Resident Evil... Bäckerei-Simulator. Oder so. Kochspiel. Wo man für Zombies kochen muss, damit sie einen nicht fressen. Wenn man nicht schnell genug kocht, dann wird man selber zur Mahlzeit. Theoretisch, ich sage ja nur. Ich habe nur... Ich bin nur für die Ideen hier. Capcom, der Tipp ist umsonst. Der nächste kostet. Schreibt mir eine E-Mail. Bakery Evil. Habt ihr mitbekommen, dass eine Fortnite-Fallout-Season kommt als nächstes jetzt irgendwann? Wurde offiziell bestätigt. Fortnite-Fallout-Crossover. Und ich spiele ja tatsächlich ab und zu mal ganz gern Fortnite. Auch wenn ich es eigentlich scheiße finde. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber ab und zu finde ich es ganz lustig. Und ich glaube, bei der Fallout-Season werde ich definitiv mal wieder reinschauen. So ein paar Fallout-Skins sichern. Das ist schon lustig. We're Alone in the Dark, wo man die Suppe für die Zombies auf den Tisch stellen muss. Genau, so in etwa. Ein Umbrella-Labor-Simulator, wo man Biowaffen kreiert. Ja, genau. Und dann kann man diese Hybridwesen, die man selber zusammenbaut, gegen einander kämpfen lassen. Und braucht gute Kampfdatenscores oder sowas. Damit man neue Forschungen und Teile freischaltet. Es gibt so ein Spiel. Gab's mal. Hatte ich auf der Wii. Da hat man so Frankenstein-mäßige Monster freigeschaltet. Und hat dann gegen andere Monster gekämpft. Und konnte dann quasi durch so magische Sachen neue Körperteile für diesen Frankenstein erstellen. So Tentakel-Arme und neue Beine und neue Torsos und Köpfe und so. Das war ganz nett. Könnte man machen. Kleiderschrank. Es ist so ein bisschen Pokémon-mäßig. Genau, ja. Sicher, dass das eine ganze Fallout-Fortnite-Season wird. Ja, da hast du absolut recht. Plutz-TV. Das könnten auch nur so ein paar Skins und ein kleines Crossover sein. Das muss nicht eine ganze Season sein. Da habe ich mich nicht sehr korrekt ausgedrückt. Das stimmt. Pokémon. Resident Evil Pokémon. Auch nicht schlecht. Na schön. Resident Evil 1. Abgeschlossen. Danke, danke. Danke. So freundlich. Dann kommt jetzt als nächstes Resident Evil Zero. Aber dann würde ich sagen, machen wir noch mal eine kurze Pause. Weil ich muss jetzt ein bisschen umbauen. Und dann spielen wir Fallout 1. Das werden wir heute nicht beenden. Das wäre eine krasse, krasse, krasse Triple-Kombo. Aber zumindest den Wasser-Chip. Den könnten wir uns heute holen. Naja, bin ja mal gespannt. Ja, Fortnite-Skins für alle Konsolen von Nintendo wird es wahrscheinlich nie geben. Solange das über die Nintendo-Plattform hinausgeht, wird da Nintendo sich lange noch quer stellen. Also gut. Dann würde ich sagen, kurze Pause. Und dann beginnen wir mit Fallout. Und nächsten Dienstag geht es dann mit Resident Evil Zero los. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Zumindest der Zugabschnitt, den finde ich immer wieder großartig. Na schönchen, dann bis gleich. Bin gleich wieder da.